Hier hat sich auch in allen Farben die Größe 3x XL schon ausvergauft. Ah ja, da sind Sie gleich mit dabei gewesen und schauen Sie sich mal an den Sitz. Das sind schöne High-Waist-Slips, haben einen elastischen Abschluss, sowohl in der Taille als auch am Bein, seamless, das heißt nahtfrei gearbeitet und die Abschlüsse sind auch flach gehalten. Das heißt, da drückt auch nichts. Wenn Sie jetzt mal eine eng anliegende Hose drüber tragen oder auch ein Rock, es wird sich nichts abzeichnen und Sie sehen, der Schnitt ist halt auch klasse. Hoch bis in die Taille, sorgt für Sicherheit. Die Beinabschlüsse so gemacht, dass Sie ein langes Bein auch schön shapen. Nicht so hoch geschnitten, es gibt ja auch mal mehr Slips, die sind so hoch ausgeschnitten. Nein, das wollen wir auch nicht, sondern Sie fühlen sich hier rundum sicher und wohl und gerade im Set, also bitte leisten Sie sich das komplette Set, den seamless Bra dazu und den Slip. Slips habe ich auch gerade mal für Sie ausgerechnet. 34,99, vier Stück kommen zu Ihnen, bedeutet pro Slip zahlen Sie gerade mal acht Euro, acht Euro und wie viel? Na? Acht Euro, 75, habe ich es richtig?